Ey Alter, irgendeiner von euch hat meine Handynummer veröffentlicht. Aber ich weiß nicht wer, wo und warum. Aber jetzt sind einfach 365.000 Leute meine Nachrichten. Wollt ihr mich verarschen? Achso, warte mal, ich glaube ich weiß, warum das passiert ist. Als ich mein Bügelbrett aus meiner Hosentasche geholt habe, ist mir wahrscheinlich meine Nummer rausgefallen. Junge, warum hast du eben einen Zettel mit deiner Nummer dabei? Scheiße mal darauf, warum hat der ein Bügelbrett dabei? Der Brau für alle Fälle halt, ne? Und wofür deine Nummer? Ja, falls ich ein Mädel klären will. Aber bis jetzt sagt dir jeder einfach nur... Ah, nein, hier, geh mal weg, Alter. Ja, gar nicht mit deiner Cousine. Junge, doch nicht mal meine Mutter will meine Nummer. Wie, wurde jetzt deine Nummer veröffentlicht? Ja, komm zum Punkt. Ja, eine mysteriöse Person hat meine Nummer mitgenommen und mich angerufen. Hallo? Gib mir 100.000 Euro oder ich veröffentliche deine Nummer. Dabei muss... Oh mein Gott, warum hast du aufgelegt? Ja, Digga, weil gerade in den Nachrichten live gezeigt wird, wie jemand um 100.000 Euro erpresst wird. Oh, das bin ja ich. Naja, dafür habe ich jetzt so Gruppe mit allen Leuten. Hä, wo? Auf WhatsApp. Und wie komme ich da rein? Jetzt will ich auch da rein. Einfach unten links auf aktuelles, aufs Plus und dabei Kanäle Kahn suchen. Ja, bin drin, ja. Kommt alle sofort in die Gruppe, du kannst doch diese AirPods gewinnen. Digga, die Packung ist leer. Ja, dann gewinnt dir halt diese leere Packung, mir doch egal. Rein da!